Ja, dann gehen wir erstmal hier durch, ne? Auf den Marktplatz. Yeah! So, erstmal gucken, ob hier irgendwelche Gegenstände sind. Pfandhaus. Nein, das wird nicht ohne Griff funktionieren. Toll. Nussknacker! Yay! Ich wusste nicht, dass unsere Stadt eine Wäscherei hat. Ich frage mich, wen ich dort treffen werde. Aschenputte! Yeah! Geil! Eine Wasserpumpe. Wenn ich hier etwas Wasser holen will, brauche ich zuerst den Griff, den ich jetzt natürlich erstmal nicht habe. Zur Seilbahn. Okay. Bäckerei. Gehen wir erstmal zur Aschenputtel. Och Gott, wie siehst du denn aus? Keine Haare mehr. Gute Fee, ich warte schon so lange auf dich. Endlich kann ich zum Ball gehen. Du wirst mir ein wunderschönes Ballkleid und eine neue Frisur zaubern, oder? Nein? Nicht dieses Mal? Dann helfen wir wenigstens mein Kleid zu reparieren und wir können eine Perücke von Pinocchio aus dem Pfandhaus ausleihen. Okay, dann wissen wir zumindest, wen wir dann im Pfandhaus treffen werden. Pinocchio. Oh, mein armes Aschenputtel. Die Hexe hat Aschenputtel ihre Schönheit geraubt und hat ihr ihre schönen Haare gestohlen. Aber ich bin eine gute Fee. Ich kann im Moment zwar kein Kleid und keine neue Frisur herbeizaubern, aber zumindest kann ich ihr Kleid reparieren und ihr eine Perücke besorgen. Manchmal ist ein wenig Arbeit besser als jede Magie. Okay, ja, das stimmt. Okay, dann wissen wir zumindest Bescheid. Topflamme. Okay. Toilettentisch. Ein elegantes Kleid. Ich brauche den passenden Faden und passende Flecken. Oh Gott, das sieht aber grauenhaft aus. Momentan. Hier hat es doch gerade geblinkt. Ah. Zehn Stückstoffe. Ach du Scheiße, die darf ich jetzt hier überall finden. Deswegen hat das hier gerade gefunkelt. Oh Gott. Na, wo sind die Rastlichen? Man kann Öl aus diesem Fass pumpen. Leider fehlt der Hebel der Pumpe. Toll. Zwei Stücke fehlen mir noch. Das ist doch kacke. Öl auf dem Boden zu vergießen ist nicht... sich... äh, ist nicht sehr sicher. Stelle ich hier zuerst das Ölkindchen hin. Hab ich nicht? Hm. Zwei fehlen mir noch. Mach ich erst mal nicht das Filmbild. Blatt, Knollen, Blätter, Pilz, Auge, Zauberstab, Keks, Schleife, Hamty, Dumpty, Schriftrolle, Schütze, Tulpe, Krono, Blitz. Okay. Da ist das Blatt. Knollenblätter, Pilz, Oh Gott, Oh Gott. Da, okay. Ein Auge, das ist da. Zauberstab. Wäre schön, wenn wir den jetzt gleich bekommen könnten. Ein Keks. Lecker, ich liebe Kekse. Äh, ne, das sind keine, ah, das war der Keks. Eine Schleife. Die ist da. Hamty Dumpty. Die ist da. Eine Schriftrolle. Die ist da. Ein Schütze. Ach, hier. Der Zentaurus war gemeint. Eine Tulpe. Eine Krone und ein Blitz. Ne, das ist leider nicht die Tulpe. Ich sehe hier aber jetzt momentan auch keine Krone. Wo soll die denn sein? Hä? Ach, da ist die Tulpe. Okay. Eine Krone und ein Blitz. Der Blitz ist bestimmt irgendwo eingezeichnet. Aber wo ist jetzt die Frage? Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Keine Ahnung. Und ich sehe hier auch keine Krone. Ne, tut mir leid. Ich brauche jetzt mal Hilfe. Da oben? Da war die Krone? Habe ich nicht gesehen im Dunklen. Das ist aber auch hier gemein. Muss ich sagen. Wenn jetzt hier im Dunklen auch irgendwo der Blitz ist, dann ist das echt gemein. Aber nur, ich klicke ja hier wie verrückt, aber irgendwie finde ich hier nichts. Ne, tut man leid. Ich finde den Blitz auch nicht. Ach da. Äh. Ja, noch kleiner ging's nicht, ne? So, was haben wir denn da jetzt bekommen? Pfeilen. Pfeilen. Tja. Wir fehlen hier immer noch zwei Stoffe. Stückstoffe, aber muss ja nicht heißen, dass die jetzt hier sind. Und? Und? Oder doch? Okay. Und wo ist der letzte Stoff? Ach da, okay. Das Haus ist voll von allen Arten von Werkzeugen. Ich denke, dass das arme Mädchen sich um mehr kümmern musste als nur die Wäsche. Das stimmt. Flicken habe ich schon mal. Es fehlt mir noch Nadel und Faden. Okay. Naja, okay, gut. Dann gehe ich erstmal zur Bäckerei. Eine Schüssel. Altar-Teil. Tablet. Junge, was bekomme ich hier alles jetzt? Ein Krug? Jo, jetzt kriege ich aber Items. Hallöchen. Eine Kürbisscheibe. Tisch am Fenster. Wenn ich jemals etwas Teig kneten muss, dann kann ich es hier tun. Okay. Teig kneten ist einfach. Nur eine Handvoll Mehl, ein wenig Wasser. Aua, das ist heiß. Ich sollte es nicht anfassen. Benutze doch hier die Handschuhe. Oder die Topflappe. Es ist ein Liebkuchenmann, der Arme. Ich kann spüren, wie sehr er leben möchte, aber zuerst muss ich ihn fertig backen. Ich hoffe, dass diese Bäckerei eine Spritztülle zu infizieren hat. Was ist das für ein wunderbarer Geruch? Ich möchte wirklich gerne nachsehen gehen, was in dem Ofen so gut riecht. Dann schaut er nach. Ah, da ist ein Wimmelbild. Ei, Hummer, Korken, Mörser, Gurke, Himbeere, Brot, Apfel, Käse, Kornzieher, Nuss und ein Schwan. Oh, lecker Käse. Okay, erstmal ein Ei. Mal gucken, ob ich das erstmal finde. Ein Ei. Nö, nicht direkt. Ein Hummer, der ist da oben. Ein Korken. Ein Korken, oh Gott, oh Gott. Nee, den finde ich jetzt auch erstmal nicht. Ein Mörser. Nee, das ist ja hier eine Kaffeemühle. Eine Gurke. Gott, wie ich jetzt hier nichts finde. Gott. Da haben wir jetzt zumindest den leckeren Käse. Nee, Himbeere. Die habe ich auch schon. Brot und ein Apfel. Da ist ein halber Apfel. Brot. Brot. Brot, 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 Brot. Ah, da ist er im Mörser. Da ist der Schwan und da ist die Nuss. Ein Korkenzieher, oh Gott. Äh, da haben wir das Brot. Brot. Äh, ja. Da haben wir den Korkenzieher. Ach, da oben ist die Gurke. Gebeinversteckte. Einen Eier und einen Korken. Da haben wir den Korken. Und jetzt fehlt nur noch das ein, das da ist. Okay. So, und wir erhalten eine Spritztülle. Okay, da haben wir dich doch. Oh Gott. Stell den Lebkuchenmann fertig. Folge allein. Folge allen Linien mit der Spritztülle. Okay. Oh, das ist ja nicht so schwer. Oh, das war ja einfach. Oh, der Lebkuchenmann. Schön. So, was darf ich jetzt machen? Ach, bestimmt darf ich ihn jetzt zum Leben erwecken. Jo. Und jetzt lebt er. Danke, oh große Zauberin. Es ist schwer zu glauben, aber sie haben vergessen, mich aus dem Ofen zu nehmen. Wer ist sie? Wenn du jemals frisches Gebäck oder etwas Teig benötigst, kannst du immer hierher kommen. Ich sehe ein glänzendes Objekt unter dem Ofen. Ich gebe es dir gerne. Es könnte dir noch von Nützen sein. Vielen Dank, lieb Kuchenmann. Pfandhaustürgriff, okay. Möchtest du eine Hochzeitstorte, einen Obstkuchen oder einfach nur ein bisschen leckeren Teig? Meine Bäckerei ist immer für dich da. Ja, das wäre nett. Okay. dejaros jetzt auf die zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020